So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO bzw. es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch, am Donnerstag. Da ich gestern überhaupt nicht wusste, dass es überhaupt Mittwoch ist, hab mich da konzentriert auf dies und jenes, gedacht, okay, machst du so einen Abschluss vom Weihnachtsevent? Hab sogar noch die Zeit durcheinander gebracht und dann in der Gruppe wird gefragt, hey Ramses, kommt heute noch Raid am Mittwoch? Und ich, was, es ist Mittwoch? Oh mein Gott! Aber das ist ja nicht schlimm, da kann man sich ja frei einteilen und das verschieben, wie man gerne möchte. Deswegen heute natürlich Raid am Mittwoch, am Donnerstag, wieder mal mit allen Highlights der Woche und natürlich dem Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche mit einem richtigen Knaller, den hatte ich mir eigentlich in den Ordner Schocker der Woche reingezogen, wollte das als Schocker der Woche präsentieren, vom Stefan Landei, ein 100%iges Regigigas aus dem Raid. Hundo bleibt Hundo, egal auf welchem Account, hat er nämlich auf seinem kleinen Account bekommen, das fand ich richtig krass, aber wir haben diese Woche schon wieder ein 100%iges Regigigas dabei und da kann ich das ja nicht zum Schocker machen irgendwann, wenn sowieso jeder ein 100%iges Regigigas hat. Also habe ich es jetzt hier auch mit reingenommen, ist jetzt hier vorne herangerutscht, bringt aber Abwechslung, denn heute steht die Sendung ganz unter der Feder von Sneebel. Also ihr werdet so viele Sneebel hier sehen, ihr könnt da ein Trinkspiel draus machen. Immer wenn ein Shiny Sneebel auftaucht, könnt ihr einen kurzen trinken und mal gucken, ob ihr es bis zum Ende der Sendung schafft oder mittendrin abbrechen müsst. Also Stefan Landei 100% Regigigas, richtig genial. Dann Nägelmon, Shiny Nägelmon endlich mit einem Shiny Botogil. Ihr werdet also jetzt viele Sachen vom Weihnachtsevent sehen. Der Puschner mit einem Shiny Sneebel, gluck gluck, sage ich nur. Auch richtig genial, Bockwurst King mit einem Shiny Sneebel. Sind schon zwei, ich verzichte mal hier drauf einen Counter einzublenden. Ihr wisst ja, wie viel ihr dann getrunken habt an Shots. Bockwurst King auch mit einem 100% Alola Mauzi. Das ist cool, jetzt hat er zwei Stück. Das wäre ein Traum für mich. Da würde ich natürlich eins so lassen, eins entwickeln zu Alolas Nobili Cut. Und dann hätte ich auch die als 100%ige abgehakt. Könnte ja nur brüden, nicht mit einer Map finden oder irgendwas. Gut, könntet ihr durch einen Tausch natürlich hinbekommen. Aber dann sind die ja vielleicht wieder lucky und das möchte ich ja nicht. Dann der Juli hat uns gezeigt, der hat ja einfach mal ein 0%iges Burmi gefunden. Auch richtig genial. Es gibt ja Leute, die sammeln wirklich den 0%igen Sellymaus mit einem Shiny Sneebel. Also Glückwunsch auch dafür. Dann die Sellymaus. Auf dem kleinen Account hinterher ein Shiny Schneebedeck. Was ich immer noch sehr cool finde, dass da eben nicht die ganze Farbe umgemodelt wurde, sondern einfach nur ein Detail geändert. Die Hände und auch die Entwicklung sieht richtig genial aus. Dann Bockwurst King zeigt uns hier ein Rosana in freier Wildbahn. Im Real Life, wie das so aussieht. Keine Ahnung, wer das ist, aber muss man nicht kennen, sage ich mal dazu. Dann auf dem großen hinterher, auch bei der Sellymaus, noch ein Schneebedeck. Und Nummer 2 auf dem großen Account noch ein Schneebedeck. Also die hat richtig abgesahnt. Ich habe nur 2 bekommen. Sie hat jetzt schon 3, wenn sie sich eins rüber tauscht und hätte dann das Höchste entwickeln können. Das scheint das Höchste zu sein. Auch auf dem großen sogar, also alles richtig gemacht. Dann vorbelastet mal ein brauchbares Shiny mit einem Shiny Schneebedeck. Das gab es ja auch schon ewig. Jetzt habt ihr auch wieder die Möglichkeit gehabt Schneebedeck zu finden. Habe ich gar nicht so viele Shinies gesehen, die gepostet wurden. Aber vorbelastet hat uns hier eins präsentiert. Dann der Konstin hat ein 100% Zapdos bekommen. Sicherlich als Rocket Durchbruch aus der Spezialforschung auf jeden Fall. Hat das erlöst und hat jetzt ein 100%iges Zapdos. Glückwunsch dafür auf jeden Fall. So ähnlich wird er noch heute der Schocker der Woche sein. Aber da dreht es sich um was anderes. Dann der Bockwurstking. Nun reicht es aber wieder mit einem Shiny Sneebel. Der Puschnar, Shinies Nibel Nummer 2. Bei ihm auch wieder vertreten. Kenny mit einem Shiny Schneebedeck. Wunderbar. Puschnar Nummer 3 an Shinies heute. Aber eben ein Shiny Pandimos. Lift Up Raider, gerade aus dem Ei. Ein Shiny Pantimimi. Das ist schön, dass hier der große Bruder kommt und der kleine hinterher. Shiny Pantimimi. Wirklich auch eins der seltensten Shinies noch mit. Würde ich sagen. Mobai. Genauso das kleine Baby vom Mogelbaum. Shinies, die ihr brüteln könnt. Die seit kurzem erst im Spiel sind. Also die haben es richtig hinter den Ohren. Richtig dick und fett hinter den Ohren. Dann Shiny Darmia Blacks hier beim Kenny noch. Auf einem kleinen Account. 1515. Ist denke ich mal aus einem Raid. Puma Girlie. Mit einem Shiny Ho-Oh. Wie man sieht. Das ist nämlich grün. Das ist lustig. Das werde ich vielleicht als... Ne, das nehme ich nicht als Thumbnail. Ich nehme bestimmt Rosana. Weil Frauen bringen Klicks. Und je hässlicher die Frau, desto mehr Klicks. Ne, das ist unlogisch. Egal. Der auf jeden Fall cool. Vielleicht nehme ich den als Vorschaubild. Shiny Nägelmon mit einem Shiny Pikachu. Dann hat der Groh was geschickt. Der hat auf dem kleinen Account ein bisschen hin und her getauscht. Hat gleich 298-prozentige... Äh... Richtig genial. Würde ich auch entwickeln. Würde ich hochziehen. Snebunna kann man nie genug haben. Richtig heftiges Pokémon. Und auf dem großen Durchtauschen hinterher direkt auch ein hundertprozentiges. Aber das nicht als Lucky. Trotzdem würde sich das natürlich lohnen hochzuziehen. Hat auch jetzt schon ein richtig gutes Level. Wo wir gerade bei Snebunna sind. Hundertprozentigen und nicht Lucky. Die haben wir im Gegensatz dazu hier noch ein Lucky. Hundertprozentiges Snebunna vom Vorbelastet. Gerade getauscht und direkt auf Max gepusht. 3005. Richtig guter Angreifer natürlich für Unlicht. Auch an Eis kann das ein bisschen was austeilen. Hoge Freak Red. Event läuft mit einem Shiny Pikachu. Das Dragoran hat uns wieder hier geschickt. 100% Damia Plex mit Kostüm. Das also auch selten könnt ihr jetzt ja nicht mehr bekommen. Nur noch die normalen. Dann Sally Maus. Shiny Sneebel. Sally Maus. Unendlich mein Pikachu. Ein schillerndes Puschner. Mit einem Shiny Bodogeel. Der Brain. Brain? Brain. Der Herr Schlurig auf jeden Fall. Der sammelt weiter Evoli Bonbons. Ist jetzt bei 10.001. Schreibt ihr mal in die Kommentare. Wie viel Evoli Bonbons habt ihr? Ich habe damals wie gesagt ja dann auch einfach irgendwann Entwicklungs-Sessions da mitgemacht. Alles rausgeballert. Den momentanen Stand weiß ich eigentlich gar nicht. Aber ich fange auch gar nicht mehr so viele Evolies. Sind eigentlich seltener. 10.000 ist bestimmt eine gute Marke. Dann Puschner Sneebel Nummer 3. Wieder ein Shiny dabei. Nächstes aus dem Ei. Shiny Flunk Kiefer. Das finde ich eigentlich schon richtig genial. Shiny Flunk Kiefer aus dem Ei. Bei Flunk Kiefer bin ich damals ja fast verzweifelt. Bis ich dann irgendwann durch Zufall auf einem kleinen Account nach 10.000 Raids eins bekommen habe. Hab da auch ein Epic Video dazu gedreht. Zusammen geschnitten. Heftige Musik. Wie viele Raids ich gemacht habe. Alles hin und her. Und dann wieder kein Shiny. Wieder kein Shiny. Boom. Aber hier aus den Eiern hinterher geworfen. Beim Puschner nochmal. Nächstes Sneebel ist ja wie beim Community Day. Schon wieder Shiny Sneebel. Bockwurst King mit einem Shiny Elekid. Auch als der selteneren. Weil das eben Baby ist, was gebrütet wird. Aber da es schon so lange im Spiel ist, ist das Pantimimi immer noch seltener würde ich sagen. Gandalf, Julius, Shiny Pikachu, Shiny Formio. Der Hoden sagt, wie man immer sieht hier. Dann bin ich aufgestiegen mit extrem zu Glücksfreunden. Da haben wir später auch was. Ne, haben wir doch nicht. Wir wollten. Ging dann nicht. Er hat nicht das gehabt, was ich wollte. Jetzt wollen wir es uns erstmal aufsparen. Dann ein Shiny Quiekel. Ups, aus Versehen draufgedrückt. Und Shiny. Man muss es ja nicht fangen. Man kann ja auch fliehen. Der Ash Ketchup. Genauso wie das zweite Shiny heute. Mit einem Shiny Kusilla. Auch wieder Baby. Mitchell mit einem Shiny Schneebedeck. Vorbelastet. Auf dem zweiten Account das erste Pokémon heute von zu Hause aus. Direkt Shiny Schnäppke. Der hat ja vorhin auch das andere Shiny Schnäppke gehabt. Dann der Bockwurst King mit seinem Problem Nummer 1. Wenn er irgendwas fängt. Der hat immer 14, 14, 14. Und heult schon da. Warum? Weil früher beim Verwerten. Ihr werdet gestorben, wenn da immer steht. KP ist sein Beste. Verteidigung ist auch das Beste. Angriff Beste. Sind stark. Anstatt die Besten, die ihr je gesehen habt. Weil ihr denkt dann immer, wow, alle drei Werte gleich. Und Bester sagt so ein, es fällt der Weihnachtsmann gleich um. Dann denkt ihr jedes Mal 100%. Aber dann hat es euch immer enttäuscht. Weil dann hat es nur drei Werte auf 14 gehabt. Ich kann das schon verstehen. Der Black Scarwolf zeigt uns hier noch. Maienti kann ja auch mal cool sein. Vor acht Tagen eingereicht. Und jetzt als Stop im Spiel. Und das Besondere an dem Stop, das ist einfach mal das Gasthaus Schilling. Gasthaus seit 1919. Da hätte man noch das Gasthaus separat machen können. Und das Wandbild Moral separat. So hätte man aus dem Ding gleich zwei gemacht. Das wäre meine Empfehlung gewesen. Einfach das Gasthaus als Ganzes. Und dann einzeln die Wand, wo das Moral drauf ist. Mit den ganzen Damiaplexen. Dann der Consti noch mit einem 100% Pikachu. Das Dragoran wieder mit einem Glücksknackrack. 91%. Relativ gute Werte. Kann man hochziehen. Hat er wahrscheinlich hier auch. Aber dann sind ihm, glaube ich, die Bonbons ausgegangen. Auf jeden Fall 3636. Da finde ich den Lucky Hintergrund auch gar nicht so stören. Weil Knackrack ist ja ein mächtiges Pokémon. Das verdeckt ja viel von diesem Grellen. Das bisschen goldige, was dahinter vorschimmert, ist dann nicht so übertrieben. Und vor allem bei Knackrack ist es ja auch gut, was zu haben mit gutem IV. Aber was braucht ihr jetzt gute IV? Bei irgendeinem kleinen, vermurksten Schneebedeck-Shiny zum Beispiel. Das ist, damit macht ihr doch nichts. Bei Knackrack was anderes. Bei solchen Viechern, Glücks-Pokémon, das ist sinnvoll. Aber doch nicht bei so kleinen, verkorksten Shinies, sage ich mal. Noch auffälliger geht es nicht. Auch vom Dragoran hier ein Team-Go-Rocket-Ballon mit Mau zieht. Der da durch die Gegend fliegt. Und Sally Mouse auf dem kleinen Account Shiny Perlu. Habe ich seitdem damals hier dieser Quest-Day war kein einziges mehr gekriegt oder gesehen. Das ist auch so eine Sache. Die müssten doch auch mal wieder so einen Quest-Day machen. Obwohl müssen sie eigentlich nicht. Ist wieder Stress. Also macht kein Quest-Day. Egal. Die haben das ja genutzt eben. Erstmal für Barschwar, dann für Perlu. Alle waren froh. Sonst gab es ja glaube ich nichts. Was würden die noch damit machen wollen? Perlu wurde neu eingeführt. Barschwar haben sie es verkackt gehabt damals. Aber Lift-Up-Radar hier mit einem Shiny Regi-Eyes an dem Winterwochenende. Bockwurst-King hingegen mit einem 100% Regi-Eyes. Dann der Bockwurst-King. Das gleiche Light wie immer. Zweimal knapp am 100er vorbei. Hier ein 98er. Und danach auch noch ein 98er. Aber eben ein anderes. Bobsorob ist aufgestiegen auf Level 40. Glückwunsch dafür. Puschna. Der ist schuld, dass ihr jetzt mittlerweile schon 5 kurze trinken musstet. Schon wieder scheidigstniebel. Mitchell hier mit einem 100%igen Quiekel auch. Nicht schlecht für einen Tag beim Kenny. Zwei Shiny Sneebel. Also gleich ein Doppelshot. Und ein Shiny Schneebedeck. Was zu viel M&Ms gegessen hat. Und noch ein M hinten dran gehangen hat. Gandalf Julius. Noch eins mit einem Shiny Pichu. Gebrütet. Und noch eins. Das dritte jetzt. Schon wieder Shiny Pichu. Also der hat so viel Glück. Ich glaube der hat insgesamt 5 Stück dann gehabt im Event. Andere die brüten 2 Millionen Eier. Und kriegen kein einziges. Und er hat insgesamt 5 Shiny Pichu gehabt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das müsste schon alleine der Schocker der Woche sein eigentlich. 5 Shiny Pichu. Mal gucken ob es bei Waumpel auch so läuft. Oder. Keine Ahnung. Also der macht das schon irgendwie. Mal gucken. Waumpel und Trampicu. Ja. Mit Partyhut. Könnte ja dann ab heute Abend 22 Uhr brüten. Dann da grob. Genau deswegen immer. Schä des Gsicht. Nein halt. Letztens wurde ich bei einem Raid gefragt. Ob ich da grob bin. Ich so. Äh. Ja. Woher. Woisch. Vom Ramses. Dieses vermischte erst. So normal. Und dann ein Wort ist einfach komplett. Woisch. Das ist auf jeden Fall lustig. Wenn Leute. Andere Leute erkennen. Über mich. Von mir. Keine Ahnung. Da habe ich mich gefreut. Ich selbst würde ihn wahrscheinlich auch gar nicht erkennen. Ich kenne ihn ja nur von Facebook so. Und bin eh immer blind. Wenn ich durch die Gegend laufe. Aber der kommt ja nicht von hier. Aber doch schön. Dass Leute ihn erkannt haben. Und dann sagen. Ah. Bist du nicht der Groh? Kenn ich doch. Aus den Ramses Videos. Dann der Dennis. Der hat auch unglaublich abgerissen. Ach du Scheiße. Die letzten zwei Tage. Kaum zu glauben. Das gucken wir uns nämlich alles mal an. Der hat ein 100. Ach ein 100. Ein 93%iges Shiny Kaumalad gebrütet. Gebrütet? Level 27. Vielleicht ist das auch wild. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall. 93%iges Shiny Kaumalad. Richtig brutal. Ein 100%iges Blindfahr hinterher. Was er natürlich für den Januar Sea Day nutzen kann. Es ist zwar angeblich. Ne. Eigentlich ist es doch schon bestätigt. Oder nicht? Jetzt sind wieder Grafiken aufgetaucht. Beim Event Kalender. Noch nicht bestätigt. Aber es muss Blindfahr kommen. Es kann im Januar nichts anderes als Blindfahr kommen. Also kann schon. Aber es ergibt dann einfach gar keinen Sinn mehr. Gleich für den Sea Day nutzen. Dann wie kann es anders sein? Ein Shiny Sneebel. Auch von Dennis. Der lässt euch auch eintrinken. Shiny Pikachu mit Weihnachtsmütze. Ein 100%iges Bisa Floor. Floor gleich aufentwickelt. Sieht ihr ja Tage braucht man nicht. Hat er da auch bekommen. Richtig saftiger Brocken wie man sieht. Shiny Botogel. Shiny Dumbhear Plex mit Glöckchen. Also der hat wirklich alles im Event bekommen. Alles abgestaubt. Hier ein 100% feuchtes Serpi. Richtig genial. Guckt euch das an. Der hat jetzt schon für die nächsten 10 Sea Days ausgesorgt. Da hat er nochmal aufgeschrieben. Wie er das alles am 25. Die drei. Am 26. Die. Und dann hintereinander. 40 Darmgeplex Raids gemacht. Nichts. Und dann plötzlich eins random gefunden. So kann es also aufgehen. Dann wieder mal Brain auf dem kleinen Account. 100% Pikachu. Der Robby hat zwar kein Shiny bekommen an dem Tag. Aber ein 100% Pet Sneeve. Was ja auch neu eingeführt wurde. Genauso wie Kenny. 100% Pet Sneeve. Dank dem Weihnachtsevent. Frank Behrend. Ich hab's. Mit nem Shiny Darmgeplex auch auf dem großen Account. Auf dem kleinen hat er auch. Das sehen wir aber später noch. Gandalf Julius mit nem Shiny Schmerbe. Jetzt sind wir wieder hier. Nochmal richtig Glück gehabt. Auf dem kleinen Account. Erste Darmgeplex aus dem Raid. Und dann das allererste Lavados gleich shiny. Der hat nämlich hier auf dem kleinen auch. Einen Darmgeplex und noch einen Lavados bekommen. Also richtig gute Sache. Wie gesagt. Manchmal lohnt es sich wirklich. Wenn ihr mit mehreren Accounts unterwegs seid. Und euch dann die Sachen rüber tauschen können. Ist angeblich nicht erlaubt. Aber ich glaube fast jeder hat einfach mehrere Accounts. Schreibt mal einer in die Kommentare. Der wirklich nur einen Account hat. Den werde ich sofort blockieren und löschen. Nein aber ist auf jeden Fall interessant. Weil heutzutage ist es eigentlich fast schon normal. Andere rennen rum mit 10 Handys. Oder wie der alte Opa hier mit 45 Handys. Keine Ahnung. Pokémode. Meine Ausbeute von gestern und heute. Shiny Griffel. Shiny Sango auf jeden Fall. Shiny Botogel. Oder Botogel. Der Schilling sagt immer Botogel. Ich sage immer Gel. Warum? Ich betone immer das Gel. Ah Gel. Ja die Sirenen gehen schon wieder in einer Tour. Ich glaube die holen mich gleich ab. Nein. Dacro hier mit einem Shiny Burmi. Sally Maus mit einem Shiny Schneebedeck. Der Tobi. Ich freue mich auch darüber. Springt komplett aus der Reihe. Der fängt halt einfach Raupen. Grüne Traupen die gelb sind. Also gelbe Raupen die eigentlich grün sein müssten. Mit 53 WP. Das ist doch niedlich für zwischendurch. Dann der Alex Hoppy. Gestern Abend auch noch ausgebrüdet. Man erkennt es zwar kaum. Aber das ist Shiny. Hat auch hier ein Shiny Pichu mit Weihnachtsmütze. Und heute das bekommen. Noch ein 100% Pichu mit Weihnachtsmütze. Nicht schillernd. Aber 100%. Also alles abgedeckt. Hunderter. Shiny. Was will man mehr? Gandalf Julius noch mit einem 100% Damierplex. Mit Glöckchen. Dann habe ich eine Tropenblume gefunden mit meinem Buddy. Habt ihr auch schon ein Souvenir gefunden mit eurem Buddy? Schreibt es mal in die Kommentare. Und vor allem wie findet ihr das? Dass man Souvenirs finden kann. Die machen nichts. Die bilden das Profil zu. Kann man ja machen. Eigentlich ist Quatsch. Also ihr habt jetzt nicht irgendwie einen spielerischen Vorteil dadurch. Dann habe ich einen Glückstraight gemacht. Mir ein Lucario geholt. Und ich habe jedes Mal Pech. Ich will doch einfach nur ein gutes Lucario oder Riolu haben. Was ich hochziehen kann. Was ich maxen kann. Für PvP. Für Rocket. Stops für alles mögliche. Aber egal was ich bekomme. Ich habe jetzt schon 3, 4, 5 getradet. Immer mit garantiertem Glückstausch. Aber ich habe es noch nie geschafft eins zu bekommen durch den Glückstausch. Was wenigstens Angriff auf 15 hat. Auch hier KP 15. Angriff auf 13. Das ist nichts. Ich möchte doch bitte nur einen Lucky Riolu oder Lucky Lucario mit mindestens 15 Angriff. Ist das denn so schwer? Auch hier gerade auf dem Markt geradet. Der Fischi mit einem Shiny Damierplex mit Glöckchen. Tobi. Endlich habe ich auch mal eins. Das Shiny Sneebel hat sich angepasst. Von den WP an das Shiny Raupi. Ihr seht. Er fängt immer kleine Fische. Da werden kleine Brötchen gebacken. Endlich Sellymaus. Shiny Botogel. Botogel. Wie auch immer. Keine Ahnung. Sneebel Nummer 6. Beim Puschner auch wieder Shiny. Dann ein Shiny Schnepke hinterher. Der Wetter Markus ist schuld, dass der Stefan Landeik ein Schocker der Woche wurde. Der hat nämlich am Wochenende ein Shiny Kyogre. Steht auch da. Lese es doch einfach vor. Ein Shiny Kyogre bekommen. Und ein 100% Rekigigas. Waren jetzt schon 3.200 so gefangen. Also richtig fett. Richtig brutal. Wenn das Wetter geboostet ist und gleich über 3.100 hat. Das auf jeden Fall auch. Das wäre cool. Ich habe ja Bonbons gesammelt. Wollte auch eins hochziehen. Aber es wäre natürlich ein gutes. Habe ich letztens auch einen Glückstausch gemacht. Und habe eins mit 84% oder so rausbekommen. Also alles für die Tonne. Pokémon nochmal Shiny Pikachu, Bockwurst King, Shiny Sneebel, Shiny Sneebel. Zwei hinterher direkt. Shiny Kramurx, Gandalf Julius, Shiny Bronzel. Der Fischi mit einem 100% erlösten Zubat. Bockwurst King nochmal Hass-Pokémon des Monats. Also im Januar. Eigentlich war es ja Dezember. Im Dezember wirklich hier Sneebel Community Day. Noch ein Shiny hinterher. Noch ein Shiny Kramurx beim Bockwurst King. Dann was cooles. Da hat er nämlich ein Shiny Shinox gebrütet. Ist das glaube ich. Puschner mit seinem zweiten Shiny Botogel. Puschner, nächstes kurz danach, mit einem Shiny Wablu. Der Tim mit einem Shiny Kusilla. Auch gebrütet. Auch coole Sache auf jeden Fall. Robby nochmal mit einem 100%igen Stalobor. Da bin ich aufgestiegen bei der... Das war gar nicht die Rage-Stunde. Das haben wir einfach so gemacht. Ohne Sinn und Verstand. Aufgestiegen zu Beste Freunde mit der Killer 700. Der wollte nämlich unbedingt dieses Jahr noch Level 40 erreichen. Er hatte noch zwei beste Freunde, die er machen konnte. Ihm haben noch 300.000 gefehlt. Ich hoffe, er hat es geschafft. Er hat mir auf jeden Fall keine Rückmeldung gegeben. Aber wir haben uns ja geeinigt. 18 Uhr. Geschenk auf. Ei an. Fertig. Bam. Also Grüße gehen raus an der Killer 700. Dann Shiny Elekit beim Ash Ketchup. Dann der Kenny, der nochmal berichtet hat, wo es um YouTube und das ganze Zeugs ging. Er hat dieses Jahr auf Hermann beim Raid eingetroffen, der Ramons Videos geschaut hat. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Nicht mal 1000 Abos, aber auf Hermann. Da gucken die die Videos. In Taiwan bestimmt auch. Dann der Frank Bären. Und das ist glaube ich jetzt wirklich das letzte Bild, damit wir nicht noch mehr Shiny Sneebel hier sehen. Viele Grüße aus Kölle da. Letztes Shiny des Jahres. Wünsche euch allen nochmal alles Gute für 2020. Zum Abschluss nochmal ein Shiny Sneebel am 31.12.2019. Den Rest sparen wir uns jetzt auch für nächste Woche. Und wir haben natürlich jetzt noch den Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal trotzdem vom Stefan Landei. Wenn er es schon nicht mit seinem Regi Gigas hier reingeschafft hat und wir vorhin nochmal ein 100%ig erlöstes, krypto-legendäres Pokémon hatten, haben wir hier genau das Gegenteil. Ihr habt nämlich hier ein Krypto Arctos mit genau 0%. Und da muss man sich wirklich 5 mal überlegen, erlöst man das oder nicht. Ich meine Arctos dürfte ja jeder eigentlich in seiner Sammlung haben. Aus Raids, aus diversen Events, aus den Raid-Tagen, aus was weiß ich auch immer. Deswegen, wenn ihr einmal die Gelegenheit habt, ein Krypto Arctos, Krypto Zapdos, Krypto Lavados zu bekommen, würde ich das niemals erlösen. Außer es wird ein Hunderter für die Sammlung. Aber an sich gibt es für mich keinen Grund. Andere, die holen sich da das Krypto, erlösen das und dann sagen sie, ja, so gut ist es eigentlich doch nicht, das schmeiße ich jetzt noch weg. Hauptsache ich habe jetzt den Eintrag. Aber das ist auf jeden Fall richtig genial. 0% Krypto Arctos. Das muss man erstmal nachmachen. Also könnt ihr ja auch nicht tauschen. Also noch schlechter werden kann es gar nicht. Minus-Prozente zu erreichen, unmöglich. Das hat jetzt ewig rumgeschlummert bei mir auf dem Handy. Jetzt habe ich es rausgehauen. Habe schon wieder 2, 3 andere Schocker gesammelt. Und ich musste immer gucken, dass es irgendwo thematisch mit in die Sendung passt, zu dem momentanen Treiben dazukommt. Deswegen Grüße gehen raus an Stefan Landei. Danke für den Schocker der Woche nochmal. Dem Rest natürlich auch nochmal ein gesundes neues Jahr. Das habe ich nämlich gestern gar nicht gesagt. Der Adi, der schläft schon wieder. In letzter Zeit ist er so müde seit Silvester, seit die zwei anderen Katzen da waren. Ist er wie ausgewechselt. Er ist plötzlich so lieb und ruhig. Das war es aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, vorhaut, euer Ramses.